Und hier kommt ein sehr hübscher Kerl namens Prinz. Prinz hat einen sehr schönen Kopf, ganz hübsch, ist ganz cool. Er knießt die Steichel-Einheit. Prinz, hallo, wie geht's dir? Hallo, Schatz. Der wartet auch ganz lange auf eine eigene Familie. Und wir möchten ihm helfen, damit er eine findet. Er ist ungefähr vier Jahre im Zwinger gelebt mit anderen Hunden, Röden und Hündinnen. Hallo, Schatz. Er liebt auch mit dem Ball, er liebt mit dem Ball. Er liebt mit dem Ball, er liebt mit dem Ball. Er läuft prima, der Leiner. Der Prinz. Tschüss!